Ah. Hm. Kommt her. Na komm her. Komm. Ah, now he's dead. Ah, now he's dead. Let's go. Oh! Oh! Everett! Another gun! Oh! 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 Tja. Okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir zurück. Hm. Hier brauchen wir uns ja auch keine Sorgen mehr zu machen. Diese komischen Frosch-Hunter, die haben wir auch erledigt. Hm. Und dann müssen wir doch nochmal hier hoch. Deshalb hier schwankt meine Erinnerung von dem, was ich gemacht habe. So wie es weiter ging. Ich weiß auf jeden Fall da das jetzt... Okay. Hier war das. Okay. Wenn wir mal da da hin, da da hin, da da hin, da da hin, und da da hin, und das mal start. Nothing happened. Ähm. Ah, okay. Um halt komplett voll zu machen, müssen wir... So, so? Ähm. Okay. Weißen. Hatte ich wie ein X müssen zu sein, bloß hab ich... So müssen sie sein. Hatte ich wie ein X muss es sein. Gucken wir mal da hin. Gucken wir mal. Ah, okay. Damit wir das hier leer bekommen, müssen die beiden oben sein. Die weißen müssen oben sein. Sie waren. Gucken. Das hat bringt. Oder müssen die schwarzen rum sein. Ja, die schwarzen müssen rum sein. Japp. So. So. So müsste es richtig sein. Jawoll. So ist es richtig. So ist es richtig. Nehm mal was Schwuppen wäre lieber... So, ne, so sicherer Fall. Aber weiß nie, was einem unten erwartet. Ja, leider unerkannt. Zwei, drei, vier, fünf... Bleee. Aber auch nicht nach unten. Nach sauberm Wasserhaus... Was soll sich diese Blut-Ekel oder was soll das sein? So ein Rietzstum Blut-Ekel? Die sind ja sowas von uncool. Whoa! Ich glaube, ich muss dich direkt von deinem Leiter lösen. Direkt mal vom Leiter lösen, damit er wieder Ruhe hat. Hm, 2. Ah, ein Park hier haben wir nur noch 2 Euro. Jetzt können wir hier rein. Jetzt können wir hier schön rein und gucken wir auch mal... Warten wir hier... Oh! 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 Okay. Cool. Cool. Daraus können wir jetzt CC machen. Und das gibt doch, glaube ich, gefrorene Munition sozusagen. Oder? War das so, oder? Das war das so. CC, ja. So. Ja, ich nehme mal gleich mit. Ich hoffe, schon was bringt zu sehen. Jetzt müsste hier eigentlich ein falscher Raum sein. Hey, ich hatte richtig. Wie ich hatte richtig. So. Hm. Ich nehme mal hier rein. So, die Munition kombinieren. Ich glaube mal 64. Äh... 96. Hier zusammen. An Munition. Ich nehme mal das hier. So. Dann... Schau drüber. Und das hier. Und... Jetzt dann von hier. Oder damals. So. Dann kommt das hier hier hin. Da kommt... Hier hin. Und... So. Dann... Dann müssen wir wieder genug haben. Wir machen gleichzeitig hier weg. So. Munition mangelt uns... hier nicht. Ist ja auch der einfache Modus. So. Wollen wir mal speichern? Aha... Ich mache immer wieder einen Qlashleader. Ja, ich weiß. Ja! Mami-Kat 2 Graveyard? Oh, Friedhof ist das? Kann ich auch mal nennen. Kap-Stein, merken können. Aber egal. Manchmal bin ich ein bisschen... ...doof. Wenn man es so schön sagen möchte. Was haben wir denn hier? Oh, ein Iron-Pipe. Was haben wir hier? Ist das hier benutzen? Ah, ich weiß. Wir müssen hier das... Feuerzeug benutzen. Wir müssen mal tatsächlich das Feuerzeug noch mal nehmen. Wie sagst denn? So. Aber bin ich ja mal gespannt, was sich da hinter befindet. Oh, der ist anscheinwittlich. Keine offene Stelle. Das ist aber schnell verbranntes Holz. Ja, schmeiß nur was weg. Schmeiß das Feuerzeug weg. Vielleicht könnt ihr irgendjemanden bauen. Das war ein Zipper, aber... Ach, naja. Mh. 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 Jupp. Dahinter war ein Deutschschott. Was? Ja. Guck mal doch mal was dahinter sich befindet. Mh. 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 Ganz Menge Zeug. An mir. Was ist das? Ein Paki. Ist da irgendwo drauf? Check. Real Gate. Real Gate-Key. Ah, da sitzt der O. Ich meine hier. Fax von DH2. Mh mh... Der tut mir sauren Schönen. Das hat's aber nix so. Oder mehr. Supervisor Report. Ja, da haben wir auch den... den... zum ersten Mal den Namen... gelesen. Nemesis. Oh, nehmen wir auch noch mal... Kanaten mit, wa? Aber sonst scheint hier nix zu sein, wenn wir irgendwie gebrauchen waren. Ich dachte... hm... Hm, okay. Wollen wir weg? Oh! All Supervisors. Mission terminated. Return immediately. Repeat. All Supervisors return immediately. Over. Oh. Sollen wir zurückkehren? Wo ist er denn? Oh. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-Virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Yes... Yes... Another mutant! So. 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 Dann speichere ich hier und dann sage ich. Dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschö tschö. Dann sehen wir noch nicht. Dann sehen wir uns bei der nächsten Meine Hände oder Checks. Und dann거나, weil ich Blech auch die Ebeneride oder ho轉 suspensieren muss!